Wow, eine echte Badenixe. So ein kleines Sonnenbad hat noch nie jemandem geschadet. Hey, super, Olivia will auch was von der Sonne. Aber sie sieht irgendwie längst nicht so relaxed aus wie Emily. Mensch, warum bleibt denn diese blöde Schwimmkappe nicht auf meinem Kopf? Ups, jetzt bloß einen kühlen Kopf bewahren. Keine Sorge, ich werfe sie schon zurück. Danke. Mensch, ist das eine Kindergröße oder was? Und schon, jetzt bleibt drauf. Okay, ich versuch's noch einmal. Verdammter Mist. Ach, nur die Ruhe, ich zeig dir mal einen Trick. Mach die Schwimmkappe mit Wasser voll. Und jetzt einfach verkehrt rum auf den Kopf fallen lassen. Siehst du, so funktioniert's doch. Ja, so macht man das. Aber jetzt rein ins kühle Nass. Für viele Mädels ist die Vorbereitung auf den Tag ein meditatives Ritual. Vergiss das Haarspray nicht. Perfekt. Hm? Hm, sieht so aus, als ob die Metalldose Rostflecken auf deiner Armatur hinterlassen hat. Mensch, warum sind die Flecken so hartnäckig? Ich hab gerade erst das Bad geputzt. Nee, so geht das Zeug nicht ab. Was mach ich denn jetzt bloß? Oh, hey Bella, ich will nur schnell meinen Nagellack zurückstellen. Wenn ich nur diesen Rost abdecken könnte. Hm, funktioniert das mit Nagellack? Probieren wir's doch einfach mal aus. Gib zuerst etwas Reinigungsalkohol auf einen Waschebausch. Dann reibe damit den Rost von der Dose. Wenn du das gemacht hast, trägst du den klaren Nagellack auf den unteren Ring der Dose auf. Sei nicht sparsam mit dem Nagellack. Jetzt kannst du die Dosen im Bad stehen lassen und bekommst keine bösen Rostflecken mehr. Ach, endlich kannst du dir sorgenfrei die Haare zurecht machen. An heißen Tagen wie diesen ist es wichtig, mehrmals Sonnenschutz aufzutragen. Auch ein bisschen? Oh, sprüchst du dir das einfach ins Gesicht? Hm, war vielleicht ein bisschen viel? Ja, versuch das mal großflächig zu verteilen. Das hilft bestimmt. Ich bin absolut für Sonnenschutz, aber schützt du dich nicht ein bisschen zu viel? Okay, dann mal los Sonne. Und wie sehe ich aus? Naja, nimm's nicht persönlich, aber du siehst ein bisschen irre aus. Nächstes Mal verwendest du eine Puderdose. Nimm das Pad aus der Dose und mach einfach ein bisschen Sonnencreme hinein. Ruhig bis zum Rand, da brauchst du nicht zu sparen. Leg das Pad zurück und verschließe die Dose. Jetzt kannst du unterwegs eine Puderdose rausholen und Sonnencreme auftragen, wann immer du sie brauchst. Also, wenn das nicht praktisch ist, dann weiß ich auch nicht. Hey, hättest du mir das nicht vorher zeigen können? Naja, wenigstens überlebe ich die nächsten drei Sommer. Ja, ja, stimmt schon, aber dafür siehst du aus, als hättest du dein Haus neu gestrichen, Emily. Mensch, Olivia, du hast meine Sandale ruiniert. Was soll ich denn jetzt machen? Mann, das ist einfach abgerissen. Hm, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen seltsam, aber ich denke, ich hab ne Idee. Öffne die Lasche von der Getränkedose und schneide ein kleines Teil heraus. Dann steckst du den Riemen der Sandale in das Loch, aus dem es herausgerissen wurde. Steck ihn ein bisschen tiefer durch als vorher. Dann drehst du die Sandale um und legst die Sodalasche um die Basis des Riemens. Siehst du, der Riemen reißt dir garantiert nicht nochmal aus, oder? Hier, bitteschön. Ja, das passt perfekt. Hey, das war meine Limo. Sieht so aus, als ob Emily heute Nachmittag einkaufen geht. Nächster Halt, der Taco-Shop um die Ecke. Och nee, doofe Tüte. Was soll ich denn jetzt machen? Meine ganzen Sachen liegen hier auf dem Boden. Da muss ich wohl alles hier in mein Shirt reinnehmen. Hey, warte mal. Ich hab ne viel bessere Idee. Anstatt deine Sachen in deinem Shirt zu verstecken, während du's trägst, zieh das Ding doch einfach aus. Leg das Shirt hin und schließe es gut durch die Fransen. Verknote einfach eine Franse nach der anderen. Falls das Shirt keine Fransen hat, kannst du natürlich selber welche schneiden und sie zusammenbinden. So, hä, endlich alle zusammen. Als letztes brauchst du nur noch deine Sachen einzupacken. Die Armlöcher kannst du dann sogar als Taschengriffe verwenden. Also diese Shirtbeutel sind im Sommer die absolut perfekten Strandtaschen. Ach, was für ein schöner Tag. Was könnte da schon schief gehen? Okay, was steht als erstes auf meiner To-Do-Liste? Katze füttern, erledigt. Geburtstagsgeschenk für die beste Freundin. Hey, komm zurück! Hey, da liegt ja Geld rum. Das ist jetzt meins. Ach, komm schon, schon wieder? Ach, Mensch, das geht mir so auf die Nerven, dass das Ding alle 10 Minuten runterfällt. Ach, endlich Zeit, die Sonne zu genießen. Ach, wär's doch nur nicht so windig. Oh, mein Hut. Also jetzt reicht's. Ich muss herausfinden, wie ich das Ding anbehalten kann. Ganz einfach. Nimm eine Haarklammer und steck sie durch den Strohhut und fang etwas von deinem Haar auf der anderen Seite auf. Jetzt machst du genau das Gleiche auf der anderen Seite. Das Einzige, worauf du achten musst, ist, dass du auch genug Haare mitsteckst. So, und jetzt geht dieser Hut nirgendwo mehr hin. Cool, oder? Hey, tut mir so leid, dass du warten musstest. Der Verkehr war fürchterlich. Oh, das ist aber nervig. Na, komm schon, geh einfach rein. Warum bleibt dieses Ding nicht in meiner Hosentasche? Was muss ein Mädchen tun, um eine verdammte Limonade zu genießen? Wie wär's mit der Hintertasche? Upsi! Wenn du nach einem Ort suchst, um dein Handy wegzustecken, dann haben wir eine tolle Lösung. Nimm eine Socke wie diese hier und lege sie gleich hinter deiner Jeans-Tasche an. Genau so. Dann nähst du eine Seite der Socke an den oberen Rand auf der Innenseite deiner Jeans. Aber anstatt eines herkömmlichen Steppstichs, wickelst du jetzt jeden Stich vor der Nadel um, so wie hier. Gehe dann mit dem Stich nochmals hindurch, um den Knoten zu fixieren. Wende jetzt mit der Nadel diese Schlaufen nach oben, damit sie nicht mehr flach am Stoff anliegen. Zieh dann den Faden fest, damit die Schlaufen verschwinden. Ziemlich cool, oder? Zum Schluss stichst du mit der Nadel ein letztes Mal durch das Ende der Reihe und trennst den Faden auf der Innenseite der Socke durch. So, jetzt leg los und gib mir den Tratsch, den du mir die ganze Woche über vorenthalten hast. Oh, eine Sekunde. Okay, ich zeig dir mal die Fotos, die mir Amy von ihrem neuen Haarschnitt geschickt hat. Du wirst dich kaputt lachen. Das hier sind die Vorher-Fotos und das hier sind die Nachher-Fotos. So ist es viel besser, oder? Und wenn du mit deinem Handy fertig bist, kannst du es gleich wieder in deine Tasche stecken. Mia verwendet ein altes Sparschwein aus ihrer Schulzeit, um für ihren nächsten großen Kauf zu sparen. Ein brandneues Auto. Wie lange wird sie brauchen, um die Kohle zusammenzukratzen? Machen wir mal einen guten Anfang mit diesem frischen neuen 20-Euro-Schein. Jetzt sieht's nach wenig aus, aber in ein paar Monaten werden sich diese kleinen Beträge ganz schön läppern. Wow, schau dir diesen Haufen Bargeld an. Ah, was ein schöner Tag, um nach einem ständig wachsenden Sparschwein zu sehen. Eine Sekunde mal, wo ist mein Bargeld? Oh nein, das kann doch nicht wahr sein. Och Mann, das war ein richtiger Albtraum. Ich kann nicht zulassen, dass mir irgendwer mein ganzes schwerverdientes Geld stiehlt. Ich muss ein besseres Versteck finden. Anstatt dein Geld an einem offensichtlichen Platz wie in einem Glas aufzubewahren, auf dem wortwörtlich Sparschwein geschrieben steht, ja, ab in die Waschmaschine. Anstelle eines Sparschweins, probiere mal dein Bargeld in ein Säckchen wie dieses hier zu stecken. Vergewissere dich, dass du es gut verschließt, damit kein Wasser an dein Geld gerät. Auf diese Weise kannst du es genau in die Innenseite der Maschine stecken, siehst du? Und wenn es einmal gut und fest drinsteckt, dann kannst du ganz normal deine Wäsche waschen. Wer hätte gedacht, dass eine herkömmliche Waschmaschine eine tolle Geheimbank abgeben könnte? Aber vergiss nicht hin und wieder danach zu schauen, um festzustellen, dass es sicher verwahrt ist. Ja, das Auto gehört demnächst dir. Kommt nur nicht auf die Idee in der Zwischenzeit, das Geld für was anderes auszugeben. Also dann, es ist Montagmorgen und Zeit, zur Arbeit zu gehen. Äh, was ist dieser Geschmack in meinem Mund? Vielleicht war es gestern Abend doch nicht die beste Idee, die zweite Portion Knoblauchhähnchen hinunterzuschlingen. Sieht so aus, als wäre ein Atemdrage jetzt genau das Richtige. Wenn du dein Büro mit einem Haufen Drageeschnurren wie Mia hier teilst, dann kennst du die Qual, deine Sachen mit anderen teilen zu müssen. Wenn es doch nur eine Möglichkeit gäbe, deine Dragees außer Sichtweite zu verwahren, damit sie dir niemand mehr klauen kann. Schnapp dir einen Behälter wie diesen hier und gib deine Dragees oder Kaugummis hinein. Stelle dann den Behälter unter die Pflanze direkt in den Blumentopf. Super, das passt perfekt. Stell den Topf gleich wieder auf deinen Schreibtisch und niemand wird jemals herausfinden, dass dein Dragee vor Ort darin versteckt ist. Um ehrlich zu sein, ist es so gut versteckt, dass du vielleicht selbst vergisst, dass die überhaupt darin versteckt sind. Aber in der Zwischenzeit kannst du jederzeit frischen, knoblauffreien Atem genießen, frei von Schnörrern. Ah, das ist schon viel besser. Ah, das ist schon viel besser. Ah, das ist schon viel besser.